moin moin liebe leute und herzlich willkommen zurück zu unserem let's play von mountain blade 2 banner lord ja was war das für eine folge letztes mal ja leider ist einer unserer gefährten gestorben rülern blondschopf deswegen wollen wir jetzt mal gucken ob wir vielleicht jemanden neuen anheulen können rogan der rote der ist hier in der taverne friede sein mit euch fremdling wie heißt ihr ich heiße iwa mein herr erzählt mir von euch setzt euch mein freund ihr werdet es nicht bereuen mich angesprochen zu haben ich könnte euch von all meinen heldentaten erzählen aber ihr würdet mir ohnehin nicht glauben während wir uns bereits vor einem jahr begegnet hätte ich euch bei gelegenheit durch mein zuhause geführt und sie euch gezeigt also meine heldentaten das könnt ihr mir glauben ich tue vieles auf alther gebrachte art und weise wenn zum beispiel ein gegner durch meinen sperr zu tode kommt nehme ich seinen kopfen mit lasst mich kurz nachdenken ich habe berecht an den alten lameich den lahmen archer an den stier und viele andere aber lasst euch durch den ein oder anderen namen nicht täuschen sie waren alle große krieger ein wahrer batanianer prallt nicht da die zeugnisse seiner tat für alle sichtbar über der feuerstelle hängen so war es zumindest früher jedenfalls hatten sich ganz schön viele köpfe angesammelt ihr könnt euch gewiss vorstellen dass viele andere krieger neidisch auf mich waren einige krieger in meinem dorf hatten sich sogar gegen mich verschworen und dafür gesorgt dass ich verbannt wurde ich verlor mein zuhause und musste die köpfe vergraben wahrscheinlich sind sie jetzt schon bis zur unkenntlichkeit verrottet ein jammer nicht wahr eine sammlung wie diese wird es nie wieder geben es kann in der tat nur neid gewesen sein der euren clan dazu bewog euch aus der gemeinschaft auszuschließen neid ist eine schreckliche sünde sei es drum ich brauche geld um einen neuen aufbewahrungsort für meine nächste sammlung bauen zu können sollte jemand bereit sein mich als krieger anzuheuern und angemessen zu bezahlen so werde ich demjenigen mit meinem sperr dienen ja dann willkommen in der kompanie wir rüsten rugan einmal aus was nehme da über das mal und fangen vielleicht mit dem brustpanzer erstmal an ja das ist der beste und dein schöner bad verschwindet leider auch unter dem vollhelm hier was soll man machen ist zumindest das beste was wir hier gerade haben so du kriegst kettenfäustlinge passt rein optisch gut und diese kettenbeinlinge und dann wollen wir dich noch ein bisschen ausrüsten schauen wir mal was haben wir denn hier wenn einhändig kämpfen lassen oder zweihändig ich würde sagen einhändig erstmal und dann vielleicht noch pfeil und bogen so und reiten sollst du auch lernen super dann brauchen wir natürlich noch einen neuen baumeister weil rülern jetzt tot ist das ist sogar rugan hier der rote der beste bisher das lassen wir mal so und dann gucken wir noch mal dass wir die restlichen sachen vielleicht verkaufen noch nicht so sicher ja doch wir verkaufen das mal ist 28.000 kriegen wir hierfür ist okay und truppen können wir noch rekrutieren das machen wir natürlich auch okay eine eigene armee gründen fällt irgendwie raus aber vielleicht können wir eigene truppen mal bilden ich würde mal nortus den stillen vielleicht sagen da soll man einen eigenen truppen bilden okay so da ist eine armee super der schließen wir uns mal an oder wir gucken noch mal ein bisschen in den dörfern rum dass wir uns vielleicht noch mal hier die ein oder anderen truppen holen so speichern mal okay das war es ja auch schon jeden kriegen wir keine truppen mehr war nur war pool da war nur wapol wird noch angegriffen okay die armee verfolgt uns mal hier hin lotsen zu der großen armee vielleicht traust du dich ja ach guck mal da kommt schon die andere armee armee beitreten boah es wird spannend aber die armee ist irgendwie schneller okay ja die haben sich zusammengefunden ja greifen wir mal an das wird eine pat situation hier ist nicht so richtig klar wer das gewinnt am ende da kommt schon die ersten reiter ja 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 Ruka, an der Rote kann sich hier direkt mal beweisen. Aber auch der liegt jetzt im Schnee. Na, wenn wir das mal nicht verlieren sogar. Hält sich immer so ein bisschen die Waage hier, ne? Na, es kommen immer wieder Verstärkungstruppen rein. So, schaut euch mal das Schlachtfeld an hier. Wahnsinn. Wir liegen truppenmäßig ein bisschen in der Überzahl. Und was jetzt hier das Zünglein an der Waage nachher ist. Bleibt abzuwarten. Na, es sieht nicht gut aus für uns. Das wird ne sehr knappe Kiste hier. Sehr knappe Entscheidung. Sturgia muss diese Schlacht gewinnen, ja? Um den Osten vielleicht zu halten. Aber wir verlieren, Leute. Wir verlieren. Wir verlieren tatsächlich. Wir haben verloren. Wir können die Arme mehr verlassen oder Truppen entsenden hier gegen die Restlichen 66. Können es auch mal versuchen. Da verlieren wir natürlich. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja eben gespeichert. Deswegen würde ich sagen, laden wir einfach nochmal. Das kriegen wir mit Sicherheit besser hin. Dadurch einfach, dass es so knapp war, sollte es doch möglich sein, dass wir hier den Krieg vielleicht doch für uns entscheiden. Ich würde mal versuchen, hier vielleicht ein, zwei Truppen aus den Dörfern zu rekrutieren. Ah, okay. Die sind schon direkt übergelaufen. Truppen rekrutieren können wir trotzdem hier drei. Vielleicht macht das ja nachher schon einen Unterschied. Es wäre natürlich auch toll, wenn wir eine der Armeen einfach ausschalten könnten. Statt gegen beide kämpfen zu müssen. Aber ja, wir sehen es. Wir haben nicht sehr viele Truppen mehr. Wir müssen es einfach mal so rechnen lassen. Okay, da gewinnen wir. Schaut mal. Das ist schon ein Unterschied. Ilmir ist auf dem Schlachtfeld gestorben. Ach komm, das ist auch nicht gut hier. Das ist auch nicht gut. Ilmir ist nämlich einer unserer... unserer Clan-Leute. Können wir nochmal gucken gerade. Wenn der jetzt gestorben ist, ist das halt nicht gut. Können wir nochmal gucken hier. Clans. Da, der Ilmir. Da ist ein großer Fürst. Der hat auch einige Ländereien. Das ist nicht so schön, wenn der stirbt. Daher gucken wir nochmal, wie das Ganze jetzt hier abläuft. Wir müssen schon den Osten hier irgendwie so ein bisschen halten, finde ich. Der gehört zur Stugia dazu. Und es ist natürlich schade, dass wir hier gegen die Q-Sides auch noch kämpfen müssen und Krieg führen. Das hätte auch anders laufen können. So, die drei holen wir uns noch. So, vielleicht nutzen wir die einfach mal so ein bisschen weg hier gerade. Okay, klappt auch gar nicht so gut. Okay, jetzt haben wir hier zumindest den Fokus auf uns. Verdammt. Da müssen wir dann jetzt eingreifen. Okay, wir entsenden Truppen und schauen mal. Ja, das läuft gut. Und keiner ist gestorben. So, die lassen wir natürlich alle frei hier. Die Leute. Und die Gefangenen nehmen wir mit. So, wir haben einiges an Leuten, die wir hier befördern können. Vor allen Dingen hier die ganzen Rekruten. Stufe 2 Soldaten sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt besser, aber der Weg nach oben, der ist halt steinig. So, den befördern wir auch noch mal. 1910 Goldstücke. So, und da haben wir wieder einiges an wertvollen Loot. Das ist schön. So, und wir schließen uns dann mal. Das steigt nicht ein. Achso, die belagern schon. Dann schließen wir uns der laufenden Belagerung mal an, würde ich sagen. Was haben wir hier bekommen? Ausstrahlung. Okay. Plus 3 Beziehung zum Clan des Besitzers der nächstgelegenen Stadt, wenn ihr ein Versteck säubert. Plus 1 Stadtloyalität, wenn es euer eigener Clan ist. Okay, und minus 25% Tausch handelt es mal alles gegenüber Fürsten derselben Kultur. Okay, Söldner haben wir meistens nicht. Deswegen nehmen wir das. Okay, wunderbar. Ja, die Stanz sollten wir dann gleich einnehmen. Das lassen wir auch mal schnell berechnen. Das läuft. Ja, du kannst auf jeden Fall... Ja, du bist auch frei. Hey, ihr schuldet mir aber was. So, und Truppen können wir wieder auffüllen. Kuhzeit Jäger. Die Angeheuerten, die lassen wir mal hier. Die gelandte Schwertschwester nehmen wir aber mit. Ja, dann nehmen wir die auch mal mit. Die sind ja auch nicht schlecht. Söldner Streitkolbenkämpfe, die können wir nochmal aufleveln. Die nehmen wir auch mit. So, und die Gefangenen. So, dann können wir hier nochmal Truppen weiter ausbilden. Super. Fehlen uns noch vier Streitrösser. Da müssen wir auch alles mit Gnade zeigen. Und ja, hier werden wir dann direkt die Gefangenen einmal verkaufen. Wir werden Truppen rekrutieren, wenn es geht. Super. Und Handel treiben. Schauen wir mal, was wir behalten. Die behalten wir einfach mal für den Notfall. Und ich glaube, der Rest, das kann alles weg. Den behalten wir nochmal. Ja, die möchte ich dann gerne einschmelzen. So, alles weg. Da kommen wir auf jeden Fall ein bisschen zu Geld. Humal Galt, der spielt ja. Den brauchen wir nicht. Okay. Das sah doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Kaladak von den Batanianen erklärt uns den Krieg. Auch das noch. Das ist natürlich nicht so schön. Wir speichern jetzt aber trotzdem gerade mal. So, das lehnen wir ab hier. Heiratsantrag für Helga. Wollen wir nicht. So, dann gucken wir nochmal, dass wir vielleicht hier die ein oder anderen Truppen nochmal anheuern. So, dann sind wir auch voll. 291. So, Elmirs Armee läuft nach unten. Und wir halten vielleicht hier erstmal die Stellung. Der holt sich nämlich da unten die Stadt. So, Sibir kann auf jeden Fall an Jurek gehen. Was ist hier los? Roda. Medizin. Okay, da würde ich hier die 5 Trefferpunkte und die 30% Regeneration nach jeder Schlacht nehmen. Das ist immer gar nicht verkehrt. Und vielleicht nochmal hier was in Handel stecken. Und wer war noch? Helga. Hat in Handel eine neue Stufe erreicht. Ja, auf jeden Fall hier für die Karawanen, weil sie immer die Karawanen ja unterhält. So, und dann warten wir mal weiter. Mal gespannt, wie die Schlacht hier unten abläuft. Einer ist aus unserem Trupp desertiert. Wir können natürlich auch hier versuchen, dass wir da nochmal mitmischen. Macht ja schon einen Unterschied, wenn wir mit dabei sind. Ach, gegen 100. Ja, das sollte schnell gehen. Das sollte schnell gehen, Leute. Wo Grämthol wird belagert von den Batanianern. Guck mal, da ist schon wieder eine Armee hier. Kindhex-Armee. Können wir vielleicht mit dem Imperium Frieden schließen. Das möchte keiner. Okay, dann muss das erst mal weiterhin so bleiben. Ja, das machen wir auch kurz hier über die KI. Hallihallo. Okay, und hier könnten wir dann mal ein paar Truppen vielleicht nochmal austauschen, die nicht so gut sind. Okay. Okay. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Ja, nehmen wir erst mal die ganzen guten mit. So, Stufe 2 Truppen haben wir hier noch. Müssen wir ein paar loswerden jetzt. Das nützt nichts. Hier, die Verwundeten können wir auf jeden Fall da lassen. Den. Okay, und da fangen schon die etwas Besseren an. Super. So, Rest werten wir auf. Ja, Festgelände ist gar nicht schlecht. Ich brauche nur noch einen Tag. Dann packen wir da nochmal Geld rein. Und dann Fest und Spiele als nächstes. So, wir verkaufen die Gefangenen. Treiben nochmal Handel. Und verkaufen alles, was wir nicht brauchen. Ja, das adelige Pferd kann auf jeden Fall auch weg. So, und wir brauchen aber... Okay, er hat keine Streitrösser. Schade. Okay, Sibir ist noch da. Ah, wird jetzt aber von der Armee hier angegriffen. Könnten wir aber schaffen. Statt auf die Große Armee zu warten, regeln wir das hier. Den Verteidigern zur Seite stehen. Okay, wir überlegen uns was anderes. Wir greifen das Belagerungscamp an hier. Und siegen zwar, aber der Preis ist hoch hier. 50 Tote. Und eine ganze Menge Gefangene. Das war aber wichtig, dass wir das hier nochmal abwehren. Ich glaube, die andere Armee, die wäre nicht so schnell hier gewesen jetzt. Okay, Streitrösser brauchen wir. Eine Menge Streitrösser. Das sind wir auch alles mit. Okay, und auf in die Stadt. Schön. Dann haben wir hier ja schon mal wieder einiges erobert. So, wir verkaufen unsere Gefangenen und treiben Handel. Ich denke, da kann eigentlich alles weg. Wobei, die können wir behalten. Behalten wir auch mal. Okay, der Rest kommt weg. Den behalten wir noch zum Einschmelzen. Der gerade Säbe kommt weg. Der lange Säbe kommt auch weg. Ja, 19.000. Ihr seht aber schon, so viel Geld haben die gar nicht. Streitrösser brauchen wir noch. Ja, die haben natürlich auch tolle Sachen hier. Hm, da müssen wir ein bisschen einzeln verkaufen. Letztendlich, wenn die Stadt nicht so viel Geld hat. So, das wollten wir behalten. Den wollten wir behalten. Dauert einen kurzen Augenblick länger. Großer Sack Steppenpfeile. Können wir mal gucken. Guck mal, da haben wir auf jeden Fall mehr Schuss drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Du hast einen besseren Bogen. Bessere Pfeile. Besseren Schild. Roda, 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 Roda. Ja, besserer Schild für dich. Und ansonsten brauchst du irgendwie was zum Werfen. Noch haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Und dann sind wir auch schon wieder bei uns. Alles klar. Andere Sachen kommen weg. Ja, wunderbar. So, können wir nochmal Truppen rekrutieren. Sauber. Das läuft. Und Und dann schauen wir hier nochmal vorbei. Besitzer von Vanoverpool. Würde ich eigentlich gerne haben wollen. Okay. Kriegt er die. Gut, Leute. Das war doch schon mal gar nicht schlecht für den Anfang. Ich würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Wieder mit dabei seid. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier ja, den Krieg an drei Fronten irgendwie überstehen. Und ja, nicht alle Ländereien hier verlieren. Das wäre sehr schade. Lass gerne ein Like oder Kommentare, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.